Super windig, wir spielen heute in der Rottergringer Brauerei, also wir, die ganze Band, wir treffen jetzt gleich noch ein paar Leute, die müssen uns das Zeug rausschnappen und dann schauen wir mal, was drinnen abgeht. Bis jetzt weiß ich nicht, was gleich passiert wird, aber lasst euch überrascheln. Ah, und da sind schon die anderen. Wir haben also unseren Raum gefunden und jetzt geht ja die verrückte Sache los mit dem Tuning. Der fürchtet sich schon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ready for the 2. Aufblick? Fertig? Yes! Okay, und da ist Alexander, so ein kleines Kerngläser. Ja, und jetzt haben wir endlich Gläser jetzt gemacht. Wir haben jetzt gerade den ersten Block vollfertigt. Vollfertigt ist überhaupt ein Wort. Aber wir haben noch keinen Whisky. Niemand hatte noch einen Whisky, oder? Habt ihr schon Whisky gehabt? Nein. Okay, erster Block fertig gespielt. Jetzt sind wir eingeladen worden auf einen Glen Leavet. Und den gibt es dann gleich da drüben. Ja. 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 Juni. Ja. Ja. Ja.